Allgäu-Hit. Eine Region, eine Station. Allgäuweit im Kabel auf 106,55 und weltweit im Internet auf allgäuhit.de. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ein arbeitsreiches Jahr neigt sich dem Ende zu. Wir konnten hier im Oberallgäu wieder viel für unsere Heimat bewegen. Ich darf allen herzlich danken, die sich engagiert haben in Vereinen und Verbänden, die bei Rettungsdiensten mit dabei waren, unsere Dienste im Krankenhaus geleistet haben und die sich insgesamt in unseren Gemeinden und Städten für die Mitbürgerinnen und Mitbürger engagiert und eingesetzt haben. Ich wünsche Ihnen zu Weihnachten frohe, besinnliche Stunden und viel Glück, Erfolg und Freude im Jahr 2014.